Was sollte dieser Mist mit Retomoto? Hat nichts mit ihr zu tun. Solange du nicht durchdrehst, zieht die Anzüge an! Alle! Seit wann bist du der Boss? Frauenmörder. Komm schon, Charlie! Heb dir das für später auf! Zieht euch einfach rum! Ganz ruhig jetzt. Alles bestens. Wir müssen nur raus zum Auto. Wir sind fast da. In Position. Also, sind wir im Geschäft, Lynch? Natürlich. Ich habe schließlich keine Wahl, oder? Richtig. Du kannst nur gewinnen, mein Freund. Ich sehe nichts mehr. Du lässt mich anwarnieren. Wir sind fast normal! Oh, scheiße! Ich bin getroffen! Ich habe mich als übel erwischt! Oh, Mann! Oh, zieh das weg! Oh, Mann! Oh, Mann! Da drüben hin! Bewego! Bewego! Da drüben hin! Scheiße, Strafschütze auf der Brücke. Scheiße, Strafschütze auf der Verführung. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Was soll das? Wir bezahlen dich fürs Abholen. Mensch, er hat recht. Hier ist zu viel los. Wir müssen weiter. Was zum Teufel hast du getan? Du hast es mir versprochen. Was soll das? Was soll das sein? Was? Scheiße, da kommen ja immer mehr von dem... Da seid ihr, ja, ja, Schlöcher. Seid nicht so verdammt leise. Lynch. Scheiße, da kommen ja immer mehr von dem... Da seid ihr, ja, ja, Schlöcher. Seid nicht so verdammt leise. Lynch, hör doch auf. Die sind harmlos. Lynch, entspann dich. Atme einfach tief durch. Es ist alles gleich wieder okay. Hör auf, mich zu bemutern. Kara, wo bist du? Hier sind überall Swords. Ich sehe sie. Kommt einfach auf die Straße raus, dann hol ich euch ab. Ich sehe sie. Was ist das denn da? Schaut! Ich habe alles unter Kontrolle! Alles unter Kontrolle! Geh die doch rum! Es macht kaum noch. Es macht kaum noch. Es macht kaum noch. Da rüber, verdammt! Ja, wenn es sein muss... ...und tschüss! Bewegung! Sorg dafür, dass ich dich erschossen werde! Na los, dann! Case, wo zur Hölle bist du? Komm schon! Du musst dich beeilen! ...unddann! ...unddann! da drüben hin, Bewegung, alles klar tu, was ich sage, los, alles klar tu, was ich sage, los, sicher die Umgebung und, gut sehr gut